Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 25. Oktober. Guten Morgen am Geek Talk Daily. Ich habe heute 8 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Red Hat, Number 26, Fitbit, Snap, Netflix, Amazon und Google Mail. Wir beginnen mit einer lokalen News bei Red Hat und die haben ja seine offizielle Niederlassung in Österreich bestätigt. Eigentlich setzt Österreich schon relativ lange auf Red Hat. Im Endeffekt einige Teile der Stadt Wien setzen darauf. Einige Banken setzen auf die Open-Source-Linux-Distribution. Trotz allem hat es bisher nie gereicht. Die Domain RedHight.at war auch immer in der Hand einer Privatperson. Seit 18. Oktober hat sich das geändert. Die Domain wurde dieser Person abgekauft. Eine Red Hat Austria GmbH wurde aus der Taufe gehoben. Die umfasst mittlerweile immerhin 10 Mitarbeiter. Unter der Leitung von Udo Urbanicic, der ist vor allem dadurch bekannt, dass er ehemaliger Microsoft-Manager ist, und ja, Red Hat jetzt eben mit eigener Niederlassung in Österreich. Wir kommen zu Number 26, die beliebte, oder bei uns zumindest immer wieder in den News recht beliebte, Direktbank quasi aus Deutschland, die auch in Österreich eine Niederlassung hat oder ihre Konten anbietet. Die feiern mittlerweile 500.000 Kunden. Und im Rahmen dieser Meldung, beziehungsweise auch im Rahmen der Money 2020-Konferenz in Las Vegas, gab die deutsche Firma, die von Wirecard kommt, quasi bekannt, dass sie jetzt auch ihr Angebot in den USA starten wollen. Wir glauben, dass Number 26 Vorbildcharakter für die Banken der Zukunft hat, überall auf der Welt sind Kunden offen für ein neues Banking-Erlebnis. Das Nutzerverhalten bei Millennials hat sich stark in Richtung Mobilität verändert. Das sagt der CEO eben zum Start des Bankangebots in den USA. Wir bleiben bei Bezahlungen, beziehungsweise halt bei Geld quasi mehr oder minder, und Fitbit hat ja vor kurzem seine eigene Smartwatch gestartet. Da gibt es ja auch jetzt einen eigenen Pay-Dienst. Mittlerweile gibt es ja bei allem quasi eigene Bezahldienste. Auch Garmin hat ja einen eigenen vorgestellt. Und Fitbit Pay geht jetzt tatsächlich an den Start. Im Endeffekt mit 1. Oktober kam die Uhr raus. Jetzt Ende Oktober soll der Dienst starten. Vorher ist aber nur in den USA. Und dann auch nur bei denen, die bei der Starlink Bank ein Konto haben. Heißt, zu eingeschränkter Nutzerraum, mal schauen, wie es sich tatsächlich entwickelt. Stichwort eingeschränkter Nutzerraum. Ja, die Firma Snap hat sich offensichtlich ein bisschen verzockt. Die Spectacles waren ja letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft eigentlich ein recht großes und beliebtes Ding. Diese Snap-Bots, die die verkauft haben, waren ja quasi so Pop-Up-Automaten, die diese Brille dann immer unters Volk bringen sollten. Und die waren am Anfang sehr beliebt. Teilweise wurden über 1000 Dollar auf Ebay für die Brillen geboten. Im Frühjahr ging sie dann auch nach Europa. Ich habe auch eine. Achim hat eine. Der hatte damals schon eine in den USA gekauft. Wir sind, glaube ich, beide sehr zufrieden mit den Dingen. Trotz allem. Snap sitzt angeblich auf mehreren hunderttausend Spectacles herum. Teilweise verschraubt, teilweise nicht. Teilweise in den USA, teilweise in China. Jedenfalls, ja, angeblich gibt es relativ viele Spectacles, die nicht verkauft wurden. Angeblich wurden bereits 150.000 Stück verkauft. Aber ja, trotz allem sitzt der Konzern angeblich auf einigen dieser Spectacles, die nicht verkauft werden, wie es aussieht. Wir kommen zu Netflix. Und die brauchen wieder mal Geld. Kein Wunder. Netflix gibt jedes Jahr sehr, sehr viel Geld aus, um eigene Formate zu produzieren und eigene Serien zu produzieren. Davon sind auch einige sehr erfolgreich. Aber immer auf der anderen Seite, solche Filme und Serien zu produzieren, kostet Geld. 2018 will Netflix 7 bis 8 Milliarden US-Dollar ausgeben. Dementsprechend muss man sich jetzt wieder Geld von den Investoren holen. Und 1,6 Milliarden US-Dollar sollen das sein. Im Endeffekt nicht normal über die Börse quasi, sondern im Endeffekt mit Schuldpapieren. Bedeutet man Handeln mit Kunden, Laufzeit und Verzinsungen aus. Da ist man aktuell gerade dabei, um sich so eben Geld für die nächsten Serieninhalte für das nächste Jahr zu holen. Kein Problem mit dem Geld, was seine Serieninhalte betrifft, hat ziemlich sicher Amazon. Die haben ja genug Geld. Und die bringen jetzt wieder am 10. November neue Pilot Seasons, nennt sich das. Bedeutet, ihr könnt euch die Piloten zu Serien angucken und dann quasi abstimmen, was ihr denn sehen wollen würdet und was nicht. Ein Format, das recht erfolgreich ist, würde ich mal sagen. Im Endeffekt stammt aus diesen Pilot Series oder Pilot Seasons auch der Golden Globe und Emmy Gewinner Transparent. Auch die mehrfach Golden Globe ausgezeichnete Serie Mozart in the Jungle. Und die weltweit meist gestreamteste Amazon Serie The Man in the High Castle kommt daraus. Diesmal sind es nur drei Pilot Seasons. Die heißen The Climb, Love You More und Sea Oak. Ja, wir dürfen gespannt sein. Ab 10. November geht es los und ihr könnt euch die Serien ansehen und dann quasi abstimmen. Wir bleiben bei Amazon, kommen aber zu einer kleinen News rund um Amazon Prime Business. Diese Business Plattform gibt es hier bereits seit 2016 im Dezember. Jetzt rüstet man das Ganze ein bisschen auf. Im Endeffekt ist eigentlich ein relativ nachvollziehbarer Schritt. In den USA gibt es das schon. Man kann jetzt eben dort Business Produkte bestellen und die kommen dann auch bei Amazon Prime. Bedeutet innerhalb von zwei Tagen in der Regel sind die dann auch da. Wir kommen zu Google und das ist die letzte News für heute auch schon. Google stellt jetzt native Add-ons für Gmail vor. Jetzt mag man sich fragen, was denn das bringen mag. Add-ons für Gmail, naja, ist ja nichts Neues, gibt es ja schon im Chrome Browser. Ja, darum geht es so insofern aber gar nicht, weil native Add-ons haben einen ganz großen Vorteil. Im Endeffekt ist es damit möglich, auch über Android auf diese Add-ons zuzugreifen und damit quasi plattformübergreifend zu Add-ons zu haben. Ein paar solcher gibt es schon. Im Endeffekt mag man jetzt mit größeren Filmen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Ansana, Dialpad, DocuSign, Hire, QuickBooks, Rick, Smartsheets, aber auch mit bekannteren Firmen, zumindest in unserem Raum, wie Streak oder Trello. Ja, wie gesagt, das war es mit der heutigen Folge. Freut mich, dass ihr mir zugehört habt. Wir hören uns dann morgen wieder bei uns in Österreich am Nationalfeiertag. Trotzdem wird es eine Folge geben. Und ja, insofern bis morgen, bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.